Musik Ich finde es super, es ist eine schnelle Strecke und man hat starke Konkurrenz. Ich komme gerne her, auch wenn ich vom Bodensee komme, ein bisschen weitere Anfahrt habe. Wir haben uns auch fleißig mit Trainingsplan vorbereitet und hoffen, dass jetzt aufgrund eurer schönen Ebenen Strecke so ein bisschen gute Zeit. Wir haben hier auf dieser Waldstrecke schon deutsche Meisterstaffeln ausgeführt und die Leute kommen deswegen gern her, weil sie nicht unbedingt immer das Remi-Demi von Stadttläufen haben wollen. Wir haben also nur Höhenunterschied auf die ganzen 42 Kilometer, die sich summieren auf etwa 40 Meter. Und das ist also ganz, ganz wenig. Solche flache Strecke findet man in Deutschland so gut wie gar nicht. Musik Ich habe morgen entschieden hier zu laufen und mir hat es super Spaß gemacht. Es ist so cool, wenn man dann nach der Halbmarathonmarke zurückläuft. Mich haben so viele Leute angefeuert. Da habe ich gedacht, wow, wie geil. Mitten im Wald und so eine Stimmung. Das war richtig schön. Die Waldstrecke fand ich sehr schön, weil ihr mit Natur geworben habt. Und da habe ich dann gedacht, ja, Natur. Sehr gut geeignet, um schwerte Zeiten zu laufen. Westzeit, 1,28. Kann man zufrieden sein. Super organisiert. Also Kompliment an die Veranstalter. Das war wirklich toll. Traumhaft schön. Strecke ist super. Die Tempoläufe, einsame Spitze. Und die ganze Organisation kann ich nur am wärmsten empfehlen. Ich werde nächstes Jahr wiederkommen. Preis. Export. Super organisiert. Aus Legal. Ich werde professieren mit einem wärmsten. Jobova hat überhaupt nicht gerecht. Corinne Magn teenagers zu erhöhnen. god gesellschaftlich. Auf parole licence Resources. Ich werde nicht nur��Matt всех. Eine Minute ange Bryce mono esse elemento. dryer Перв & obligieren with Geräute imperative. Jakoboth пит 6. Zoä게 wissen mit dem. Vielen Dank.